Ein interessantes Beispiel, um den Unterschied zwischen Median und Durchschnitt zu erklären, könnte eine Gruppe von Menschen sein, die unterschiedliche Einkommen haben. Betrachten wir eine Gruppe von 5 Personen, A bis E, mit dem folgenden monatlichen Einkommen. Person A 2.000 Euro, Person B 3.000 Euro, Person C 4.000 Euro, Person D 5.000 Euro und Person E 50.000 Euro. Nun berechnen wir im ersten Schritt das Durchschnittsgehalt. Dieser berechnet sich wie folgt, und zwar Durchschnitts, indem wir alle einzelnen Gehälter addieren und im Anschluss durch 5 dividieren, da es ja 5 Personen entsprechen. Das bedeutet, unser Durchschnittsgehalt beträgt 12.800 Euro. Wie sieht es nun mit dem Medianeinkommen aus? Der Median ist der mittlere Wert, wenn die Einkommen der Gruppe in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge angeordnet sind. In unserem Fall sind diese aufsteigend angeordnet. Und das bedeutet, ich kann auf einen Blick den Median ablesen, und zwar in unserem Fall die Person C. Ich markiere es hier mit der Farbe Gelb und beträgt 4.000 Euro. Das bedeutet, wir tragen hier 4.000 Euro ein. Und das Interessante daran ist, dass der Durchschnitt von 12.800 Euro nicht wirklich die finanzielle Realität der meisten Menschen in der Gruppe widerspiegelt. So ist es auch im Leben. Der extrem hohe Wert von 50.000 Euro bei Person E beeinflusst den Durchschnitt stark, während der Median von 4.000 Euro eine genaue Vorstellung von der typischen Einkommenssituation in der Gruppe vermittelt. Das verdeutlicht den Unterschied zwischen dem Durchschnitt und der anfällig für Ausreißer ist dem Median, der weniger von extremen Werten beeinflusst wird. Das bedeutet, im statistischen Anwendungsbereichen empfiehlt es sich, den Median zu verwenden, um etwaige Ausreißer aus der Stichprobe weniger zu berücksichtigen. Und ich hoffe dir, mit diesem Beispiel den Unterschied näher beigebracht zu haben. Und falls du Ideen oder auch Kommentare hast, einfach unter diesem Video hinzuschreiben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.